Schnellt euch an für eine weitere Schöpfung von Binox! Und damit herzlich willkommen wieder zu einem Let's Play Together. Ich gegen Andi treten an in einem neuen Rennspiel, das Crash Team Racing. Mal gucken, ob sie mich wieder voll beleidigt oder auch nicht. Ihr kennt das ja von Mario Kart. Also, jetzt müssen wir erstmal hier... Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, meine Stimme zieht mich so komisch an, weil ich erkältet bin. Im Sommer, ja. Das ist möglich. Jetzt schon anstrengend. Wuppi! Ich werde mein Bestes geben, um ja nicht abzuziehen. CTR TV. Sondersendung. Live von Activision. Mein Name ist Chick Gizzard Lips. Und ich bin Stu. Wir schnallen uns an und geben Gas hier bei CTR TV, Rennfans. Stu, die Fahrer da draußen brauchen Infos. Legt den Gurt an, Fuß aufs Pedal und haltet euch fest, denn wir erzählen euch jetzt alles über den Grand Prix. Ein Grand Prix ist ein Super-Event, bei dem die Teilnehmer ihr Können in spannenden Herausforderungen beweisen. Wow! Auf sowas fahre ich voll ab. Ich bin ja selbst eine Herausforderung. Haha, du hast recht, Stu. Also, Fahrer, nach jeder der Herausforderungen erhaltet ihr Nitro für die Nitro-Anzeige. Mehr Ziellinien gleich mehr Nitro. Das bedeutet mehr Belohnungen. Absolut, Stu. Und bei jedem Grand Prix gibt's mehr Herausforderungen und Preise. Huh! Es gibt neue Fahrer, neue Karts und so viele Anpassungsoptionen. Haha, mich juckt es von lauter Aufregung in den Fehlern, Chick. Mir geht es ganz genauso, Stu. Und zusätzlich zu den irren Belohnungen im Grand Prix findet ihr noch mehr so einmalige Objekte am Boxenstopp. Habe ich noch was ausgelassen, Stu? Laut dem Skript, das ich vorlesen soll, gibt's bei jedem Grand Prix eine neue Strecke. Hast du das vielleicht gemeint, Chick? Ganz genau, Stu. Ja, so ist die Lage. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Haha, das wird so einmalig, oder? Haha, schlagt die Flügel, tretet das Gas durch und hört euch atmen! Und lege ich nicht raus! Okay. hey würd DU der lasst noch bei sä?! bei dieser So hier sind die ganzen frei spielbaren Charakter, wir haben jetzt erst hier 8 Stück. Ich bin bereit! Mal gucken, wer gewinnt. Ihr könnt ja mal an die Kommis schreiben, was ihr denkt. Also zuerst der Boombark. Wir machen jeden Cup bis eine Folge, wenn es die Zeit hinbekommt. X wie früher. Ja, sonst gibt man noch die Tage bei Rentspiel noch R2. Ich auch nicht. Wie gibt man jetzt die Scheiße ab? Ich hab schon alle Knöpfe drin. Schau greif. Schnauze. Da bin ich jetzt weiter. Die gibt mir sowieso die Schuld. Oh, ich bin jetzt noch nicht mehr. Ich bin jetzt noch nicht mehr zurück. Ich bin jetzt noch nicht mehr weg. Ich bin jetzt aber nicht mehr weg. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Oh, meinst du. Ich muss ja mal reinkommen. Ja, Powerslide ist ein bisschen hektisch. Es ging nicht gut aus, das erste Rennen. Tiger-Temple, nein. Mundverstand wie bei Marvel-Card. Was? Geh weg! Achter, Alter! Na. Vorsichtig! Nichts gut! Um einen Platz. Nichts gut! Nichts gut! Na, die beiden gegeneinander oder was? Nichts gut! Nichts gut! Nichts gut! Ich bin im richtigen Moment spendend, das ist auch gut. Entweder durch die Dings, Fragezeichen oder wenn du über diese grünen Felder fährst. Weird Just noch was ist 施 ich da ab zu ist zu zu lieb zu 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 alles zu 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 Oh, da kann man nur eine Rakete bringen. Ach, da. Es wird immer schlimmer hier. Ja. Immer vor mir. Nee, jetzt bist du neben mir. Nee, wer da? Fragezeichen ab. Jetzt kommen hier noch Steine in die oder was. Ich bin nicht der Letzte, Alter. Ich bin nicht der Letzte, Alter. Ich bin nicht der Letzte. 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 Die Letzte. Ist sie geschützt? Ich bin nicht der Letzte. Ich bin nicht der Letzte. Ich gucke, in einer fetten Strecke kann ich sie nicht aufholen. Ich bin nicht der Letzte. Streng dich an. Oh, Mann. Es wäre ja dann noch schlimmer, wenn ich... Wenn wir das mit Haugen spielen. Zu dritt. Kommt durchstrecke. Sie kackt voll ab. Ja. Alter. Und jetzt macht's genau, wenn ich hinter ihr fahre, Alter. Ich bin wieder Achter. Kassel, Alter. Ich bin wieder Achter. Ich bin mal kurz, aber... Wolle auch nicht den Sinnverstand mal machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach. Böh. Böh. Ja, ich weiß, dass man driften kann. Ich muss die Eintergrund. Das ist genau so, Machandas. Kann ich nicht wenigstens noch zu Ende fahren. Toll, mit null Punkten. Die Siegerehrung kann ich mir schicken. So, ich hoffe, euch hat die erste Runde gefallen. Wir spielen gleich noch mal eine zweite Runde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und bis gleich. Ciao.